Herzlich Willkommen zu meinem Erklärvideo aus der Reihe Geschichte kurz und einfach erklärt. Heute geht es um das Kapitel die Perserkriege und die Demokratie in Athen des Altertums beim Thema alte Kulturen. Wie immer findest du in der Video Beschreibung Hinweise, wo du den Text bzw. das Skritum zum Video und Übungsmaterialien finden kannst. Da du das Video auch anhalten, neu starten oder zurückspulen kannst, wirst du ganz nach deinem eigenen Tempo die Inhalte sicher gut verstehen können. Perserkriege und die Demokratie im Athen des Altertums. Im 5. Jahrhundert vor Christus versuchte das riesige Persische Reich die noch freien griechischen Polleis auf dem griechischen Festland zu erobern. Man spricht von den sogenannten Perserkriegen. In den Jahren davor hatten die Perser bereits alle griechischen Polleis in Kleinasien im Gebiet der heutigen Türkei erobert. Das Perserreich bestand damals unter anderem bereits aus Ägypten, Kleinasien, Mesopotamien und Persien. In den sogenannten Perserkriegen gelingt es den Griechen trotz mancher Niederlagen letztlich die Angriffe der Perser abzuwehren. Besonders bekannt ist der Sieg der übermächtigen Perser gegen ein zahlenmäßig unterlegenes Heer der Griechen in der Schlacht bei den Thermopylen. Da kämpften ca. 50.000 Perser gegen 6.500 griechische Kämpfer und bekannt sind ebenfalls die Siege der Griechen in der Schlacht beim Marathon und die Seeschlacht bei Salamis in der Nähe von Athen. Laut einer alten Überlieferung überbrachte angeblich ein griechischer Läufer die Siegesnachricht über den Ausgang der Schlacht vom Marathon in das etwa 40 Kilometer entfernte Athen und brach dann dort tot zusammen. In Erinnerung daran wurden bei den Olympischen Spielen später der sogenannte Marathonlauf mit einer ähnlichen Distanz eingeführt. In der griechischen Stadt Athen konnten während des 5. Jahrhunderts vor Christus zunehmend größere Teile der Bevölkerung Einfluss auf politische Entscheidungen der Regierung in ihrer Heimat erreichen. Anfänglich war es nur den Besitzenden möglich mitzubestimmen, was in Athen politisch gesehen geschehen sollte und so zum Beispiel zu entscheiden, ob einer anderen Stadt der Krieg sich erklärt werden würde. Obwohl nur ein geringer Teil der Athener, die freien Männer und nicht die Frauen um Sklaven mitbestimmen konnten, wurde diese Art zu regieren schon damals als Demokratie bezeichnet. Der Begriff Demokratie kommt aus der griechischen Sprache und bedeutet übersetzt Herrschaft des Volkes. Die Art wie eine Stadt oder ein Staat regiert wird, wird auch als Regierungsform bezeichnet. In den verschiedenen griechischen Poles konnten sich unterschiedliche Regierungsformen wie zum Beispiel Diktaturen durchsetzen. Die Entwicklung hin zu einer Demokratie wie in Athen war nicht in allen griechischen Poles möglich. Der Athener Politiker Perekles war im 5. Jahrhundert vor Christus wesentlich daran beteiligt, dass Athen damals zur mächtigsten Stadt Griechenlands wurde. In dieser Zeit wurden noch heute bekannte Bauten wie jene auf dem Haupthügel Athens, der Akropolis, mit unter anderem dem Tempel für die Stadtgöttin Athene, der Parthenon, errichtet. Von besonderer heutiger Bedeutung ist das zur Zeit des Perekleses in Athen die Demokratie als Regierungsform entscheidend verbessert wurde, da unter anderem immer größere Bevölkerungsgruppen politisch mitbestimmen konnten und ärmere Menschen teilweise eine soziale Unterstützung durch Auszahlung von Staatsgeldern. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Im nächsten Video geht es dann um das Thema die makedonischen Könige Philipp der Zweite und Alexander der Große.